Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, Uppsala, was haben wir denn da? Die aus Köln? Nein, das ist Nina aus München. Scheint ja gesprächig zu sein. Das wiederum ist Tina aus Trier. Wie jetzt? Tina aus Trier? Mit der schreibst du auch? Ja, und mit Stefan aus Frankfurt. Na ja, scheint ja bei dir besser zu klappen bei mir mit den Apps. Welche nutzt du denn? Also ich nutze diese App maximal, bin jedes Wochenende woanders, ich schwöre. Geht übrigens deutschlandweit. Da bin ich dann auf Konzerten, Events oder einfach nur City Hopping. Also man trifft wirklich jede Menge Leute. Malin aus Rostock. Wow. It's a match. Horizont erweitern mit dem Deutschland-Ticket. Erhältlich unter d-ticket-vrm.de Leute, ich kann das nur empfehlen. Und auf dich kann ich mich verlassen, oder? Du erzählst es ja weiter. VRM. Besser Bus und Bahn. VRM. Besser Bus und Bahn.